du bist ein Sau! Ich vergoße so was, du! Du bist ein Sau! HALTEN! Schlau! Schlau! Es ist ein Sau! Sie sind heute ein Scheißmanni, Jungs! Ja, du hast den Totschütze! Man kommt hier vor allem! Erster Schütze! In das Liga! Jawoll! Der Atmen ist echt gut! Das kann man aber nicht dran haben! Das kann man aber nicht dran haben! Das kann man nicht sagen! Das kann man nicht sagen! Zweiter Schütze! Ja! Hansgård Bergmann! Ja! 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 Spannung! So, wir kommen zu den Platzierungen dieses ZDV-Multi-Masters. Aber ich glaube, Lenny, irgendwo bist du hier am Rande von Grün und hast jemanden? Du kennst das ja auch noch im Düsseldorf. Schön, was die Frage ist. Lenny!